Okay, wir sind heute hier, weil die SPD, die alte arme SPD, feiert heute am Brandenburger Tor mit ihrem Deutschlandfest 150 Jahre Geburtstag. Es werden exzellente Künstler wie Roland Kaiser, Sammy Deluxe oder die Oberteil, die Gangsterrapperin Angela Merkel erwartet. Wir gehen jetzt dahin, hier mit einer jungen, modern, dynamischen Jubelparade, um unseren Teil dazu beizutragen, die SPD zu danken und hochleben zu lassen für die harten 150 Jahre, wo sie sehr, sehr oft in einem harten, schmerzhaften Prozess ihre eigenen Ideale verraten musste. Aber glücklicherweise hat sie es geschafft und heute ist Deutschland Pole Position, die Schumie in den 90ern. Ja, deswegen, deswegen gehen wir jetzt zum Brandenburger Tor. Wir haben uns gedacht, okay, so ein Deutschlandfest von Sügesäule mit Brandenburger Tor mit vier Bühnen ist schon eine ziemlich teite Sache. Aber wir sind jung, modern, flexibel. Wir sind die Facebook-Freundegruppe Sozialdemokraten. Und wir haben uns gedacht, da muss auch was Sweatgieres, was Jugendmäßigeres rein. Und da haben wir uns gesagt, wir machen eine Technoparade. Denn Berlin ist eine weltofene Stadt und wenn Berlin für irgendetwas steht, dann für Technoparaden, wo niemand weiß, warum und wieso wir das machen. Hello to everybody who just understand English. We are celebrating today 150 years of Social Democratic Party in Germany. That means 150 years, fuck the poor, raging wars against other countries, deportate refugees, support extreme right and civil war, kill communists and all the other little beautiful things that make Germany such, such a beautiful and lovely country like it's now. And we are celebrating, fuck the poor, fuck the refugees, fuck all the people coming from other countries. We are the Social Democratic Party. We are Germany. We are on top. And we like money, money, money. We are the Social Democratic Party.